Ne, da ist es! Ja! Geil! Ich glaube nur Maus ist es. Okay, hier Leute. Wort rein. Hier ist noch ein Apfel. Okay. Ich glaube wir müssen hier weiter. Kommen alle mit? Da hinten sind sie. Es ist glaube ich ganz gut, wenn ich vorgehe, weil man weiß nie, was da als nächstes kommt gleich. Muss ich hier? Kann ich hier irgendwas? Ne. Aber da geht es weiter. Okay. Hier ist noch was zu essen. Hier. Okay, wir kommen noch ganz gut voran. Ich habe nur Angst, wenn gleich ein Gegner kommt. Der Erste. Ich hoffe, ich verliere nicht. Oh nein. Okay, man kann den beißen. Also Füchse kriegen wir noch. Schlecht wird es beim Adler später. Aber ich glaube, wir können ihn nicht essen, oder? Wir können ihn bestimmt nur vertreiben, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich mit dem Fuchs anlegen möchte. Da ist er. Okay, ich kann da nicht runter. Also am besten, wir verstecken uns erstmal hier und warten, bis er kommt. Leute. Versteckt euch damit, danke. Wo ist denn der jetzt? Da hinten ist er. Ach du Schande. Nein! Komm her! Ist doch das Wahnsinnskind. Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Da hinten ist noch irgendwas. Oder ist es der Fuchs? Okay, ich weiß gar nicht, ob der zurückkommt. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Das ist mir ein bisschen, ja, ein bisschen, naja, wagemutig nicht, aber... Ich guck mal eben. Wir können ja nicht ewig hier rumhocken. Schleichen uns hier mal ein bisschen weiter. Hä? Wo sind die? Ach so. Sind die jetzt... sind die... ja gut. Nicht, dass ich die irgendwo... zurücklassen. Müssen wir schon folgen können. Da ist der Fuchs. Alter, wo will der denn hin? Dieser Penner. Immer diese Füchse. Okay, was... Was ist denn der jetzt? Da hinten. Ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt Angst vor dem Fuchs haben muss. Oder nicht. Also Dachse sind nicht ganz ungefährlich, sag ich mal, aber... Weiß halt nicht, wie stark der Fuchs ist, ne? Ich komme. Aha, der hat also Schiss vor mir. Ich krieg dich, du Penner. Scheiße, der ist voll schnell. Was für ein Kack. Okay, ist vielleicht nicht die beste Taktik gewesen. Eventuell, ich weiß es nicht. Verdammt. Wo ist denn der jetzt? Alle da? Ja, ne? Gut. Verdammt. Wo ist denn dieser Kacktyp jetzt? Warte, hier ist Essen. Ja, ja, ja. Ich komme, ich komme. Ein Kugel rette ich für dich? Oder ein Kugel rette ich für dich? Wann ist denn dieser Blödmann jetzt? Verdammt. Ich finde es ein bisschen doof, dass man die Pilze nicht nehmen kann. Hier ist noch ein Apfel. Hm. Verdammt. Ey, von dem Fuchs wären bestimmt mehrere satt geworden. Ich glaube, es hat keinen Sinn, den jetzt noch zu suchen. Ich glaube, wir müssen weiter. Das lohnt, glaube ich, nicht. Naja, egal. Vielleicht finden wir ja nochmal einen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Können wir hier überhaupt lang, ja, ne? Oder? Müssen wir ja irgendwie weiter. Alles gut. Vier. Vier. Vier? Wo ist mein fünftes? Wo ist mein fünftes? Wo ist mein fünftes? Nein! Scheiße, ich brauch irgendwas zu essen. Verdammt, ich brauch was zu essen. Ach, Kacke! Was für ein... Alter, warum können die gerne Pilze essen? Muss da irgendwas zu essen sein? Also, man erkennt immer, dass die Hunger haben, wenn die so hellgräulich sind. Der hier ist auch schon am Schwächeln. Scheiße, ey. Solange da jetzt keiner rangeht, ne? Während ich hier weg bin. Das wäre richtig kacke. Aber hier schleicht ja nur dieser Fuchs rum. Und den sehe ich gerade nicht. Scheiße, ey. Da ist noch ein Apfel. Aber ich weiß nicht, ob ich... Zwei sogar. Muss ich dann aber schnell neben. Okay. Bevor... den mir ein anderes Baby klaut. Hab ich den? Ja. Okay, wo hab ich das jetzt gelassen? Ach, das ist doch kacke, ey. Zum Glück zähle ich die immer durch. Wo zähle ich das noch gar nicht? Ich merke. Irgendwann. Hö, ich hab ja nur noch ein Baby. Ein Baby. Wo sind die alle? Okay, hier. Ein, zwei, okay. Okay. Habt ihr jetzt den Apfel genommen oder nicht? Ich guck nochmal eben, ob hier irgendwas anderes zu essen ist. Ich glaub, die hatten den genommen. Okay. Sonst war hier... Doch, warte mal. Da ist noch was raus. Oder? Sieht... Ja! Guck mal, hier ist noch ein Kugelrettich. Der hier braucht den. Ach, Gott. Okay, jetzt können wir aber weiter. Sind alle gestärkt wieder? Eieieieiei. Was ist los? Alles fit? Wir müssen jetzt weiter. Kommt. Kommt, meine Kleinen. Okay. Hab ich mich erschrocken, Alter! Okay, wir müssen aufpassen. Hier. Scheiße. Hier sind Adler! Oh! Oh, ist das süß! Man kann die sehen! Oh! Versteckt euch bitte! Mit dem Vieh können wir uns nicht anlegen. Okay, ich will erstmal... Jetzt! Oh Gott! Heilige ist das! Alter! Alter, Falter! Ich glaub' ich... Kann ich nachgucken, ob der... Hab ich alle? Ich glaub' ich... Ich glaube, der hat keinen bekommen! Ich glaube, der hat keinen bekommen! Scheiße! Wo muss ich denn langen? Ist ich da lang? Ich glaube, da können wir langen. Pssst! 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 Ganz leise! Darf uns nicht hören! Oh Mann! Alter, Alter! Ist ja doch ein bisschen Action drinne hier! Ein bisschen mehr als mir lieb ist! Man muss halt gucken, ob Schleichen besser ist oder schnell laufen, ne? Man muss ja halt bedenken, dass die Kleinen nicht so schnell laufen können! Okay, sind noch alle da! Sind noch alle da! Ganz ruhig! Pssst! Alter, mein Herz! Alter! Okay... Wir müssen gucken, was ist der hier? Alter! Ich hoffe, ich hab jetzt alle bekommen! Also mitbekommen! Dann können wir uns hier noch weiter... Schleichen! Ich schleiche lieber! Ist es mir zu riskant, hier nicht zu schleichen, ehrlich gesagt! Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss! Ich geh jetzt einfach irgendwo hin! Irgendwann müssen wir den ja abgeschüttelt haben, ne? Also bis dahinten fliegt er auf jeden Fall noch! Kacke, ey! Was denn hier lang? Oh Mann, ey! Ich feiere das, wenn ich hier alle durchkriege, ne? Und wenn ich hier einen verliere, dann heule ich erstmal ne Runde! Das müsst ihr mir dann aber gönnen! Ich glaub, das bringt... Das bringt, glaub ich, nichts dahin zu gehen! Da ist ein Baumstumpf! Ducken! Ähm... Ich glaub, da kann man gar nicht lang, oder? Ich weiß es gar nicht! Wo muss ich denn hin? Also ich glaub, ich muss noch da hinten! Das Blöde wäre jetzt nur, wenn die halt... hungrig sind und ich verliere hier im Dickicht eins, weil der jetzt so dolle Hunger hatte! Das wäre richtig mies! Ich weiß halt auch nicht, wo ich hin muss! Die sehen aber noch gut aus, hoffe ich! Ähm... Muss ich jetzt da lang, oder hier lang? Ist die Frage! Ich werd mal hier lang gehen! Ich warte nochmal, bis der kommt! Oh, da hätten wir auch durch können! Seid ihr alle mit? Ja, ne? Äh... Hab ich jetzt nur noch zwei? Oder... Ich hoffe mal, dass das nur vom Busch ist! Eieieiei! Das ist doch nicht wahr, ey! Alter! Kann die ganz... Kann dieser... Kackfowel sich nicht mal verpissen! Scheiß Mistvieh, ey! Oh Mann, ey! Das ist ja echt kacke! Kackfowel! Ach... Ach! Alter! Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Das ist voll weit! Das ist richtig gemein! Vielen Dank.